man merkt es ja auch alleine schon daran dass du meistens wenn du Kinder spielst bist du immer total happy bei dem spiel wenn du aber die Belebende spielst ich bin als Überlebender manchmal auch gut dabei weil ich weiß dass ich was geschafft habe und alles um und dran auch wenn du dann stirbst in der letzten Runde das war nicht halt oder meinst du das jetzt allgemein die Aussage ja gut schauen wir mal ihr habt jetzt keine perks also nicht außer das was er freigestellt sind diesmal nicht alle weiß ich ich habe auch schon in den normalen lobbies gespielt ja warum soll ich was anderes spielen außer das was ich kaputt bin weil bei der habe ich nämlich alles drin die die perks die ich mit dem mit dem Erlebenden immer spiele das kann natürlich jetzt eine Weile dauern bis wir dann irgendwie mal was finden aber wir suchen halt einen Keller einen Überlebenden mit drei Leuten ich würde einfach eher sagen wir gucken dass wir dann bald mal das Ende von The Forest den Angriff nehmen können damit wir dann endlich mal weiter kommen mit also wäre ich heute wenn wir heute zu viert gewesen hätten wir heute tatsächlich so Vs gespielt hätte ich auch gesagt und dann das Ende damit wir dann endlich weitermachen können mit Dings hier mit ja ich sehe das genauso wie du Tom Kenzie Dings Bumms da ja ich muss noch mal nach 70s und Davids mal gucken aber dann irgendwie noch den zweiten Teil in Angriff nehmen ich habe jetzt auch von du hast ja Phantomen gezockt ne Metal Gear Solid ja ich habe mir da das die Vorgeschichte zugeholt und der und die ist in einer CD gab es irgendwie für 15 Euro oder so bei bei Dings bei Mediamarkt die Vorgeschichte? ground zeroes ach so hätte ich an deiner Stelle nicht gemacht ist auch gut wieso ist das nicht so gut oder was das ist eine Map das ist wie eine Demo du hast dir praktisch für 15 Euro eine Demo gekauft nein ich habe beide Versionen zusammen mit finder CD plus online mit allen DLCs ach so das hast du nicht ich hab dir du hast jetzt nur ne 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 de Definitive Experience heißt das ach so da hast du also ground zeroes, Phantom Pain und die online plus alle DLCs ja mal gucken ob ich das demnächst irgendwann mal mit dem Spiel mache spielen wenn du willst und ein modus zusammen machen ist das online story mode oder was das ist halt ganz normal hier ein team gegen das andere team ok na guck mal kann man machen ich dachte mich wohl dass ich wollte das machen dann auch egal dann kannst du die story dadurch spielen ich gebe dir nur einen tipp wenn du die story als youtube dings macht passt bloß auf da stehen nämlich manchmal radios rum wo die musik die du auch auf deinem auf diesen dingen der abspielen kannst du schon dabei hat da kannst du für ärger kriegen ich mache die musik allgemein immer aus in spielen ich sag nur ich weiß was du meinst ich mache die musik aus und spielen immer habe ich auch weil es ist einfach mit bewegen sprechen ich habe glück bei mir passiert nicht viel weil ich habe kein geld für meinen kanal also ich habe davon nichts also dass wenn jemand da ich kriege auch kein geld für meinen kanal ich habe keine tausende manenten du kriegst ja erst die möglichkeit die muniz symbolisieren ab 1000 abonnenten 560 oder so freddie am hals freddie ja ja schauen wir mal was es wird 560 müssen sein 545 naja schauen wir mal konzentrieren wir uns ein bisschen auf dbd jetzt erstmal moment das ist glaube ich die map vom uni ach gut wakus du hast kein gejammer drin bei dir ja ich habe das falsche genommen ja ich merke das gerade weil du stehst stanz neben mir keller kommt sie meinte freddie er steht hier er macht aber nicht was bisher denn er ist gerade an mir vorbeigelaufen kämpfen haben wir einen viertel killer ok weil mal es gibt auch sofort keller quasi die dann einfach nur die luft schlagen die man in das haus rein was auch immer dass da unten jetzt gerade ist ja ich sehe ja da dem hier steht bei dir immer noch davor der kämpft ja der steht bei dir und schlägt dich die ganze zeit keine ahnung aber ich meine ich bin jetzt schon ein bisschen als sie weg weg stehe gewick ja der kämt und tunnelt heute passt auf bitte warte mal fragt was du das hier im generator ist kein generator wir haben gerade einfach nicht gemacht ich und der andere ich habe es gemerkt da wo sie hängen habe ich jetzt gerade auch noch mal ja der kennt dort kennt der tunnel der stehen geblieben ich habe sie da vom haken geholt weil in dem moment wirklich weit weg gegangen ist und dann kann man direkt wieder zurück und auf sie drauf das ist halt genau auch mit grund warum ich nicht in online sehr gerne in sowie online ob ich spiele weil du halt hoffenweise solche kelas der bleibt da stehen der markus siehst du sie ist ein kinder ja ja die sagt er hat nämlich dabei scheiße man ja ich versuche ich versuche es gerade er geht dran geht er wolle ich zerstreute ich werde nicht auf einem haufen ich gehe jetzt das mal mehr mittag jetzt habe ich ihn an der backe ist auch nicht er wird dran er geht hinterher also das ist wirklich ja es tut mir leid es tut mir wirklich scheiße man solche leute dabei ja guckt dass wir jetzt mal kurz wir retten und zu mir versuchen in den arsch zu retten also um die generatoren zu machen und einfach so stellen wie möglich raus hier ja ich bin gerade schon im traum entkommen markus kann sich nicht heilen der kann ja man ja nur im traum verletzen oder nicht mehr mittlerweile kann natürlich immer auf mich noch keine paletten ich muss dann danach mal den park erinnern ich bin jetzt auch erst bei dem problem kommen ich glaube das ist doch so dass er wirklich nur im traum die leute schlagen kann wenn er aus dem traum raus ist muss er dich jetzt mal wieder reinziehen so war es zumindest früher so ich habe schon halt die wichtigste weg gefreide gespielt sorry habe ich auch nicht mehr mit ihm befasst irgendwann die haben so viele killer so viel umgestellt so sauber leute wir gehen auch direkt danach raus ich habe mit so einem habe ich nicht noch warum ich will nicht und wenn ich ehrlich bin dass wenn der random hängen dann lasse man hängen weiter nutze ich die zeit lieber scheiße ja das ist genau du musst deinen talk auf jeden fall rausnehmen scheiße eigentlich habe ich gehofft dass der der ist fertig der generator ich komme sofort ja ich hoffe dass ja ich würde natürlich wieder stehen bleiben der steht auch direkt vor dir markus so ziemlich ja der steht da und schlägt dich also der bleibt dran scheiße man erst mal noch hinter mir klar steht er dir ich weiß dass der spielt der wird das jetzt nicht anders spielen du bist ein loser du kannst dich nicht anders ich vermute dass es wirklich ein rang 20 killer ist du fürchtest aber nicht markus haben wir nicht böse ich werde dich hängen lassen das bringt mir nichts ich bin hier verletzt warte mal wenn er wenn er mitspielt jetzt wenn er wenn er jetzt mitspielt andere seite naja jawoll jawoll es hat funktioniert klar geht ja für mich markus rette dir deinen arsch bitte aufgang auf und raus da wussten aufgang bei mir ruhig hänge du bist dein scheiße ja mein gott wo ist fast zieh dich weiß ich mich versteht man hinter mir das ist ja Mr. Wenham alles gut die schlägt er wenn im blutig und bleibt dann tragt bei mir hau mal ab da marcus wie sieht ausgangsmäßig aus bei dir ja ich habe ich heile das ist mir scheiße gar nein hat die luke gefunden aus tor ist offen wo hast du das aufgemacht er hat es aufgemacht hat gegen gehauen das ist mir aber auch als killer passiert schon der hat mit absicht gegen gehauen hat hat mich down gehauen und hat dann gegen den kriter gehauen ja aber das wusste ich damals auch nicht dass das geht das geht ja der steht daneben und hat kämpft er hat es aufgemacht und kämpft man ist das peinlich was du spiel vor die kriegte noch drei leute damit der genau neben dem ausgangsdruck gekämpft scheiße ich habe mich heilen sollen ist das peinlich solche leute der bleibt jetzt hier wenn er wenn im münch spielt dann lässt er mich jetzt aber steht hier rechts neben mir aber ich hoffe dass der wende mich holt das ist ja cool ich habe mich heilen soll das war mein eigener fehler leider damit ich mich nicht kriegen können ja das war falsch ja das war doof dass er er kommt nicht wollen nein nicht mich bin ich trinke mich du sag jawohl er macht sauber dankeschön und ich wollte hängen lassen hätte ich wollen ja wenn man auf dem verlassen ist meine arsch auch gewesen wäre wir denken wir mal jetzt genau richtig gemacht sauber dankeschön 20 was ja natürlich absoluter anfänger er hat nämlich nichts gab blutwächter und einheit soll da drin gehabt ja und dafür hat zwei leute gekriegt mit so einer aktion ja 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 aber gut ok gott sei dank markus du nimmst jetzt auf jeden fall dann wir können gleich noch mal neu suchen ich weiß nicht ob das jetzt noch mal neu starten wahrscheinlich schon das kann ich ja schon wieder als wir sind ja schon wieder unter uns da kann ich ja mal gar nicht immer ganz kurz auf toilette ja ja genau da macht das mal auf jeden fall ich bin was gar nicht mal so schlecht was er gespielt dass er versucht hat es war clever gemacht ne ich bin keine taschenlappe ich kann ich kann das nicht richtig da mache ich immer veräumt